Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Fallenstaller. Ja und ich spiele mit den Perks, ähm, kein Ausweg, Blutwächter, Korrupt Intervention und, ähm, Sackgasse. Ich habe außerdem zwei Adons dabei. Ähm, das eine Adon hat den Effekt, dass wenn Überlebende in meine Fallen laufen, dann sind sie, dann liegen, äh, beziehungsweise wenn Überlebende in meine Fallen laufen und sich selbst befreien, also alleine, dann liegen sie. Also sind direkt in dem Todesstatus. Und ja, das zweite Adon hat den Effekt, dass wenn Überlebende, wenn sich überhaupt jemand aus meinen Fallen befreit, ne, dann resetten sich die Fallen nach, ich glaube, fünf Sekunden waren's. Keine Ahnung, wo, wo ich da reinkommen soll. Ich hätte irgendwelche Wände zerstören müssen. Okay, hier sind zwei Leute. Ich hätte gedacht, das reicht vielleicht schon. Gut, gehe ich auf die Kate. Durchs Fenster. Okay, und direkt gerade weg. Ich dachte, ich hätte sie vielleicht ein bisschen austricksen können. Einmal, wunderbar. Ganz hinten ist sie weg. Boah, hallöchen. Nach dem Nähen. Nein, habe ich dich. Wunderbar, du kommst mit. Ich habe noch nicht so viele Feinde jetzt ausgelegt. Hier ist direkt ein Haken. Einmal. Okay, tschüss, Claudette. Zack. Wunderbar. Okay. Claudette weiß jetzt, oh, da ist der Schleifstein drauf, weil das wird immer angezeigt, sobald man in die Falle läuft. Okay. Und hepp. Der wird gerettet. Was mache ich, was mache ich schon mir lieber den Schlag. Ich hatte erst überlegt, die Falle neu zu setzen, aber jetzt sind das halt alle. Die Falle steht. Und hier unten läuft Michaela weg. Dorthin, du rettet Kate. So, Kate. Na, na, na. Da war die Falle doch direkt schön für dich bereit. Ja, 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 ja. Hm, hm, hm. Okay, hallöchen hier alle. So. Einmal. Okay, Michaela blockt nicht mehr. Claudette läuft halt direkt weg von den Paletten. Zack. Alle hier mit Medikits und mit Reparatur haben wir, äh, ja, Zugange. Hallo. Ja, ja, warm, wärmer, wärmer, ja, heiß. Perfekt. So, du kommst mit. Ersten zwei Gents haben sie, die haben schon zwei Gents gemacht? Okay. Zack. Oh, ich muss mal mehr Fallen legen. Dorthin läuft Claudette. Die Falle nehme ich mit. Stell sie hier, direkt mal bei der Palette. Michaela wurde geheilt irgendwo. Unten sind sie halt. Dorthin ist Kate. Ich stelle hier eine Falle hin. Oben wurde wieder gerettet. Die Falle kommt nur mit. Jetzt feinstelle ich halt immer. Okay, wer war das? Schade. Du hast einen Sprintboost, oder wie? Ja, wunderbar, komm mit. Hier in den Haken. Zack. Die lege ich direkt vor das Tor. Na, komm schon. Dann nehme ich die andere mit und zerstöre die Palette. Die brauche ich ja dann nicht mehr hier. Dann habe ich direkt die Falle wieder verwärmt. Zack, kaputt. Hallo, Claudette. Die stelle ich auch neu. Hier unten weg. So, ja, Claudette. Genau, weiter, weiter. Rein. Das gibt es doch nicht. Da weicht sie so gut aus, ne? Meine schöne Falle. Mag ich nicht. Frechheit. Ich hatte sie, ne? Okay. Okay. Hab ich sie. Okay, ich brauche langsam auch meinen Kill. Ich weiß nicht, ob Claudette tot ist, wenn ich sie aufhänge. Die Falle, ich glaube, der Keller war vorhin versperrt. Ich denke, dahin sind sie jetzt nächstes unterwegs. Mit Sakasa. Tod. Nein, schade. Die lege ich mal hin. Die wird mir vielleicht später nochmal nützen. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Niemand rettet. Niemand. Ja, die rettet sich alleine. Weil sie sich alleine befreit hat, liegt sie nämlich jetzt. Und Claudette hat die Falle entschärft. Okay. Hab ich dich nicht, denn du hast halt im Leben gezündet. Okay. Hab ich dich. Die andere wurde aufgehoben. Dich hebe ich auf. Sie ist tot, denke ich. Boah, und ich nehme irgendwie einen ganz komischen Weg. Ich glaube, da wäre ein Haken näher gewesen. So, komm, auf den Hügel. Und tap. Tot. Ich denke, ich gehe jetzt nach dort unten. Ich könnte mir vorstellen, dass dort die Kate ist. Und die ganze Zeit weiter repariert. Yep. Schade. Ja, 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 ja. Genau. Und das hast du nicht geschafft. Wie gut. Der geht zurück. Wunderbar. Okay. Die lenkt mich halt jetzt wieder komplett weg von allen Dingen, die mir lieb sind. Okay. Na, komm schon. Was? Du bist rausgekommen. Mit Spritboost. Ah, ich dachte, ich kipp sie da. Ja, ja, laufen wir, Michaela. Ihr habt halt das gesehen, was ich wollte. Ich wollte sie dort einklemmen und dann schön mit der Falle trappen. Und ich dachte, es funktioniert auch. Den Gen haben sie geschafft. Verdammt. Ja, aber gut, dass halt die Kate und dort oben wird auch repariert. Einmal. Das Schöne ist, die rennen jetzt halt beide in die Richtung. Heißt, ich kipp sie da vielleicht. Kate läuft nach da. Der Gen ist schon recht weit, ja. Wobei, es geht noch. Gut, er setzt hier die Falle hin, ne? Und sie repariert einfach hinter mir weiter, ne? Mag ich nicht. Haut ab. Eins, zwei. Aus, die Maus. Das gibt's doch nicht. Ich steh halt hier jetzt, ne? Ja, ja. Ich weiß, dass ich hier stehe. Ja, ja. Siehst du das? Wie der Generator langsam runtergeht, ne? Ich fände das. Ja, ich mag's auch. Jetzt kommt Kate schnell wieder, tippt hinter mir an. Fängt sich keiner, weil sie schnell genug wegläuft. So, wie weit ist denn der Gen? Ich fahre noch kurz. Ja, solange die halt nicht reppen gehen, ne? Okay, jetzt kriegst du einen. Auf den Latz. Sehr gut. Ich laufe noch mal rein. Das ist alles kein Problem für mich. Den jetzt hier richtig auf. So, und der Gen ist auch weit genug zurückgegangen. Und das Schöne ist, die Kate... Oh, die heilen sich dort. Zack. Das Schöne ist, die Kate hat halt, ne? Die haben halt alle anscheinend hier gewartet, ne? Oh, hallo, zweite Hexe. Ja, ja, dort oben läuft Michaela lang. Äh, Quatsch. Ding, Kate. Einmal. So. Harte nehm, Harte nehm, Harte nehm. Na los, tschu tschu. Komm. Hab ich dich. Die andere würde jetzt hochgehen und den Gen weitermachen. Halt verletzt. Aber irgendwann hab ich jetzt hier den Haken auf die Kate wieder. Zack. Die zum allerersten Mal hängt. Das ist nicht gut. Ich hätte die einfach... Der Gen ist so... Geht noch zurück. Super. Schönes Ding. Schönes Ding. Okay, ich jage der Hexe nach. Mit der Hexe sag ich immer Michaela, ne? Hab ich dich. Hier repariert er jetzt, ne? Frech. Du kommst mit dort um den Haken. Ich hab jetzt immerhin, dadurch, dass ich Kate aufgehangen hab, vier Zeichen bekommen. Die entschärfen Fallen und segnen Totems. Okay, sollen sie machen. Sind jetzt dafür auch nur noch zu dritt. Äh, zu zweit. So, da ist kaputt. Hier mach ich auch kaputt. Dann nehm ich die Falle mit. Ich weiß nicht. Ja, die Michaela hat sich geheilt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt... Oh, hier sogar. Oh, Hallöchen. Vor allem Medikit und Kreis der Heilung, ne? Da ist man halt in zwei Sekunden wieder geheilt, ne? Das ist schon eine echt heftige Kombination, die sie da halt hat. Einfach Medikit, wahrscheinlich ein grünes. Plus Kreis der Heilung, ne? Da bist du geheilt. In 0, nichts. Harte nehmen. Hast du bestimmt auch. Komm schon, zünden. Ah, nee, das war die ohne, glaube ich. Die hat es vorhin zumindest nicht gezündet. Also, Kate hängt zum ersten Mal. Die hängt wahrscheinlich zum zweiten Mal. Oder? Nee, die ist tot. Ja, wunderbar. Okay, gab es eine Opfergabe für die Falltür? Nein. Das heißt, wir müssen suchen. Und wir finden. Perfekt. Suchen! Also, wenn Kate jetzt an das Tor möchte, ne? Zack, Falle erst mal davor. Muss erst mal die Falle entschärfen. Sie ist anscheinend bei dem Tor. Aktiviert jetzt keinen Ausweg. Und kann nicht raus. So, bestimmt versteckt die sich halt hier irgendwo. Oder ist halt schon abgehauen. Was ich jetzt einfach mache, ist hier vor eine Falle setzen. Heißt, sie muss dann halt auch wieder an der Falle vorbei. Selbst wenn kein Ausweg vorbei ist. Zack! Keine Ahnung. War das hier gerade Blut? Nee, keine Ahnung, wo sie ist. Bestimmt über alle Berge, oder? Ich meine, die Sache ist, das andere Tor, da liegt halt auch eine Falle davor, ne? Und jetzt hat sie halt schon viel weniger Zeit. Eine Minute ist ja schon rum. So, okay. Damit habe ich das Tor im Blick. Ja gut, das andere Tor dort nicht, ne? Gibt keinen schönen Ort, womit ich beides mir anschauen kann. Aber da waren sie zumindest gerade nicht. Heißt, ich gehe nach hier. Hier ist sie nicht. Das Adon, was ich habe, hat halt einfach den Effekt, dass die Fallen sich nur aufstellen, wenn jemand draußen kommt. Das hat jetzt keinen Effekt, wenn jemand die Falle entschärft. Heißt, sie muss da Theorie nicht auch wirklich reinlaufen. So. Aber ich meine, hey, kein Ausweg hat mir halt jetzt auch schön die Zeit gegeben, hier auch nochmal die Falle davor zu setzen. Sonst weiß ich nicht, wer Kate vielleicht schon raus. Wobei, ich glaube nicht, dass sie das geschafft hätte. Aber ja, jetzt liegen halt, das ist halt das Fiese. Jetzt liegen halt vor den Toren auch immer noch Fallen. Und dann müsste sie auch noch das Tor öffnen. Das ging alles zum Glück nicht gut für sie auf. Wunderbar. Okay, damit holt sie da Antitus und wir haben alle bekommen. Wunderbar. Am lieben Leben haben wir gut gespielt. Jetzt, gerade die Kate war, denke ich, auch nicht ohne. Die ist halt immer sehr schnell weggelaufen. Dadurch, ja, als Feinsteller kommst du halt, musst du halt hinterher laufen. Kannst jetzt nicht wie die Fäule hinterher sprinten. Es dauert halt ein Stück, dann wieder hinterher zu kommen. Aber hey, die Überlebenden haben gut gespielt. War eine spannende Runde. Good game. So. Schauen wir mal kurz. Ja, Double Pip. Wunderbar. Und das war meine Überlebenden. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.